Ja Ich bin jetzt auch mal gesprochen wurde in der fährt freunde. Wir sind in riverside Wie man recht so schön lesen kann. Oh mein Gott Weil man bremst der Spacko voll ab geht die streifen kann man kurz mal Fährt er jetzt zu diesen rockern dahin oder was aber die haben doch alle kalt gemacht Hey wo will er denn hin? Vielleicht zu Bruce Keys Schrottplatz Oh nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut Das hätte er auch gar nicht merkt ne. Das hat ihm ständig ein und derselbe Auto verfolgt die ganze Zeit schon über Ist ja auch voll nicht auffällig Freunde Jetzt kann ich mein Auto nicht mehr steuern Freunde. Jetzt passiert irgendwas. Cutscene oder so Das sieht man doch überhaupt nicht Dich in das Schachthaus zu schleichen Da sehen wir doch schon was Schätze das kann ich aufbrechen Oh Mann wie das steckt Und ich zieh noch den schönen Anzug an Freunde. Ich zieh noch den schönen Anzug an Das war wieder richtig dumm von mir Kann man hier auch ein bisschen Gas geben hier? Ne Sprinten kann ich gerade leider nicht Gehen wir hier mal durch Könnt eigentlich schon mal ne Waffe nehmen Waffen sind hier nicht erlaubt Mist der Köter könnte Probleme machen Das kriegt er gar nicht mit Rechts oder links Ih ne Ratte Scheiße Ah lecker Wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat bringe ich jemanden um Und there we go Freunde. Da sind wir auch schon drin Jetzt gehen wir hier chillig hoch Dann gucken wir mal Ach du Hurenhund Tja Halt's Maul verflucht nochmal Ist da jemand? Da ist keiner Also halt's Maul sonst machen wir Handfleisch aus Böder Köter Verdammter sind sie Jetzt kriege ich dich du Knochen, kleiner Scheißkerl Waffen sind hier nicht erlaubt Was soll ich denn sonst machen jetzt? Rottweiler Oh ist ja süß Okay da sind die Dann wird ein richtiger Artillerie Feuer Gefecht Gut, die Luft ist rein Ich denke mal hier wird irgendwo ein Fenster sein oder so Ach Ja Freunde ich wusste es Was ist denn Teufel ist denn hier los? Nicht so aus als ob du hier rein willst Ich steh hier nicht den ganzen Tag rum Ich hab keine Lust alles allein zu machen Ich hab keine Lust alles allein zu machen Rögen grau, also die interessiert das nicht Rögen grau also die interessiert das nicht St escríke mich Rögen grau also die interessiert das nicht So ist host eine geräte Du kst denn das ich siamo Galaxy Mann maias Oh mein Gott, wer war denn da? Ach der! Ich will den mit dem Nahkampfangriff ausmerzen, Freunde. Ich denke mal, den kann ich silenced gleich mal. Wie komme ich den jetzt da rein, Alter? Ich denke mal jetzt rechts, ja. Jawohl, Gott sei Dank, Freunde. Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Ich versuche bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sollst du so gehen wie deinem Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszuglasen. Was ist das für ein ikkelhafter Gestank? Ach, kacke. Hey, wer ist denn da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden, oder was? Halt die Fresse, Luca. Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf, Barbaro. Ich habe gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn es fertig ist, Kleiner? Falcon schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. Nimm die Waffe! Geht's wieder los? Oh, Alter, das ist aber ein Brocken. Scheiße. Nein, jetzt! Oh mein Gott, jetzt habe ich verkackt. Der macht immer dasselbe, aber solange es reicht. Los, Sammy! Nichts auf Zipper legt! Na, komm! Bam! Ah, jetzt habe ich es langsam raus, Freund. Jetzt habe ich es langsam raus. Hä, ich habe dir auch K.O. geschlappert. Was will der denn? Jungs, macht ihn fertig. Schwere Fehler, Kleiner. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher. Ich will mich endlich runter. Jetzt wird's lustig. Danke. Du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Beans, bleib hier. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde. Der hat eine Waffe. Schieß! Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf.